20 Lila Essen 6 Ich habe ein Problem, ich suche meinen Koffer. Ich habe ein Problem, ich suche meinen Koffer. Grau Rot Oder 9 Welche Farbe hat Ihr Handy? Welche Farbe hat Ihr Handy? Gibt es ein Problem? Nein, ich suche meinen Koffer. Entschuldigung, haben Sie ein Problem? Entschuldigung, haben Sie ein Problem? Oh, Ihr Rucksack ist wirklich schwer. Ja, mein Koffer und mein Rucksack sind lila. Ja, mein Koffer und mein Rucksack sind lila. Ja, mein Koffer und mein Koffer ist wirklich schwer. Ja, mein Koffer ist wirklich schwer. Ja, mein Koffer ist wirklich schwer. Es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem. Mein Rucksack ist grau. Grau Frau Grau Welche Farbe hat Ihr Regenschirm? Koffer hat Ihr Koffer? Mein Koffer ist rot und schwer. Mein Koffer ist rot und schwer. Wer, schwer. Wer, schwer. Wer, schwer. Ja, mein Koffer und mein Rucksack sind lila. Wer, schwer. Wer, schwer. Ich habe mich gerade. Wer, schwer. Untertitelung des ZDF, 2020 11 Brille Minuten Orangen Ich habe einen Laptop im Koffer. Ich habe einen Laptop. Im Koffer. Öffnen Sie den Koffer, bitte. Ich habe im Koffer 200 Euro. Ist Ihre Kamera im Koffer. Mein Wörterbuch ist im Koffer. Mein Wörterbuch ist im Koffer. Ich habe 200 Blumen im Koffer. Ist das okay? Öffnen Sie Ihre Wasserflasche, bitte. Öffnen Sie Ihre Wasserflasche, bitte. Mein Wörterbuch ist im Koffer. Oh nein, meine Kamera ist im Koffer. Oh nein, meine Kamera ist im Koffer. Ist Ihr Laptop im Koffer? Ist deine Brille im Koffer oder zu Hause? Ich kann nichts sehen. Wo ist meine Brille? Warum haben Sie 200 Kartoffeln im Koffer? Oh nein, ich brauche jetzt mein Wörterbuch. Oh nein, ich brauche jetzt mein Wörterbuch. 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 Vielen Dank.